Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Hier bekommst du ganz kurz und kompakt verschiedene Strategien zum Aufbau von passivem Einkommen erklärt und ich möchte das in 60 bis maximal 90 Sekunden schaffen, dass du so wirklich einen ganz kurzen und knackigen Überblick bekommst. Dafür starte ich jetzt meine Uhr und dann geht's los. Heute zum Thema E-Mail-Marketing. Was ist E-Mail-Marketing und wie kannst du damit ein passives Einkommen aufbauen? Beim E-Mail-Marketing geht es darum, dass du Menschen, die sich in deinen E-Mail-Verteiler eintragen, mit Informationen zu Themen beglückst, die sie interessieren und die sie weiterbringen und die vor allem Lösungen für ihre Probleme sind. Das Schöne ist, dass du beim E-Mail-Marketing komplette E-Mail-Strecken, in denen du den Menschen kleine Lösungsansätze für ihre Probleme gibst, vorbereiten und völlig automatisiert an deinen Interessenten schicken kannst, um ihm dann nach einer Phase, in der er dich kennengelernt, dich als Experten wahrgenommen hat, auch die Möglichkeit zu geben, an einem Programm teilzunehmen, ein Produkt zu kaufen oder ähnliches, sodass du am Ende einer völlig automatisierten E-Mail-Strecke mit dem Verkauf deines Angebotes Geld generieren kannst. Wie genial ist das denn? Die Menschen tragen sich ein, werden durch einen automatisierten Prozess geführt und am Ende kannst du damit verdienen. Und das völlig passiv und völlig automatisiert, nachdem du es aufgebaut hast. Und seht her, ich habe es geschafft. Wir sind in der Zeit geblieben, wenn du mehr über E-Mail-Marketing erfahren möchtest oder noch weitere Strategien kennenlernen möchtest, um dir ein passives Einkommen aufzubauen, dann buche gerne mein kostenfreies Strategiegespräch. Ich freue mich auf dich und bin gespannt, wie ich dir weiterhelfen kann.